Und jetzt ist einer der Helden der Wiener Terrornacht bei uns im Wien-Heute-Studio. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Einen schönen guten Abend, Osama Abo Elhosner. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Sie schreiben in dem Buch, das ich gelesen habe, dass sich die Bilder dieser Nacht hier eingeprägt haben und dass Sie damals in der Zeit, kurz nach dem Anschlag, auch viel geweint haben. Wie geht es Ihnen denn heute, kurz vor dem ersten Jahrestag? Kommen diese Bilder wieder zurück? Also jetzt nach fast einem Jahr her, es ist viel besser, weil viele Dinge positiv für mich passieren. Und von vielen Bewölkern, von österreichischen Bewölkern, wurde ich viele Nachrichten beantwortet und vielen Dank von denen. Und am besten auf der Straße habe ich mit vielen getroffen und habe ich viele Kontakte jetzt mit vielen Menschen. Und auch das Buch jetzt, also das war eine große Chance für mich wirklich, dass ich mich endlich mal zeigen, dass wir nicht so sind. Vielleicht gehen wir es einmal chronologisch durch. Sie arbeiten in einem Fast-Food-Lokal, eigentlich am Karlsplatz, sind aber an dem Abend, an diesem 2. November, zufällig eigentlich am Schwedenplatz gewesen. Wie ist es dazu gekommen? Also an diesem Tag, Sie haben Hilfe gebraucht und ich sollte dorthin gehen. Und ja, ich sollte etwas von denen organisieren. Und da haben sie mich also gebraucht und angerufen, bitte kommst du, also am Anfang Karlsplatz, bitte kommst du 19 Uhr. Ich war doch dort früh, bevor 15 Minuten, sie haben mich gesagt, bitte, der Plan ist geändert, kommst du mal wieder auf Schwedenplatz. Ja, dann waren Sie dort am Schwedenplatz. Wie haben Sie dann das erste Mal registriert, dass da Schüsse fallen draußen? Bei den ersten drei Schüsse habe ich das gehört und beim ersten Mal, erster Schuss, also ich bin so gestanden und es hat sich bearbeitet bei mir, also in meinem Kopf. Beim zweiten, beim ersten war ich nicht sicher, beim zweiten auch, beim dritten war ich also ganz sicher, dass etwas draußen stimmt nicht. Und wir waren noch immer bei der Garage, noch immer drinnen. Und in diesem Moment habe ich den, also die Leute gebetet, dass da bleiben. Und ich bin mit einem Mitarbeiter, also mit einem Mitarbeiter rausgegangen und hier hat das begonnen. Was haben Sie dann gesehen, wie Sie da rausgegangen sind? Also genau, es war, der Atateta war weit von mir circa 20 bis 25 Meter vor dem asiatischen Restaurant. Dort hat er angefangen und er hat die erste Person getötet, also vor meinen Augen. Dort habe ich gesehen und in diesem Moment, also ich weiß nicht, ich habe es nicht geglaubt einfach, wirklich. Ich habe es versucht zu glauben, in Wien und hier im ersten Bezirk. Und trotzdem habe ich weiter geschaut, dass ich glaube, weil wirklich, ich habe es nie geglaubt, dass so etwas passiert. Wo hat er sich gedreht und ich habe ihn, habe ich ihn Augen in Augen, den Atateta gesehen und den mit dem Kalaschenkopf, wie er angezogen ist und so weiter. Dann, okay, dann habe ich das ernst genommen. Und ich habe mich gedreht mit dem Mitarbeiter und weggelaufen hinter dem, hinter der Garage. Wie Sie dem Attentäter ins Auge geschaut haben, was war das für ein Gefühl, was haben Sie für einen Eindruck von diesem Menschen gehabt damals? Also von diesem Menschen, also mein Kind, wenn jemand betrunken ist oder etwas genommen hat oder so, aber diese Person war wie einfach, wie programmiert, wie ein Roboter. Seine Augen waren ganz rot, lautlos, gar nichts geredet, nur hat er sich bewegt und weiter geschossen. Sie haben dann auch daneben den verletzten Polizisten gesehen plötzlich. Wie haben Sie da reagiert dann? Also in diesem Moment, wo hat er die Polizei erwischt, meine Gedanken waren die ganze Zeit auf den Verletzten und was soll ich denn reagieren? Weil in diesem Moment wirklich war auch für mich schwer, weil ich habe das Blut gesehen und es hat es wieder bearbeitet bei mir, von meinem Heimatkrieg, was ich erlebt habe. Und hier in diesem Moment, ich habe das Blut gesehen, also mir war nicht so klar, dann habe ich mich zurückgesetzt, also ich muss etwas schneller reagieren. Und ja, also dann habe ich auf die andere Polizei geschrien, dass er sollte auf den Attertäter weiterschießen, dass ich den Verletzten in den Sicherheitsplätzen bringen muss. Und so hat das geklappt und also wir haben dann gemeinsam mit der Polizei den Verletzten in den Sicherheitsplätzen gebracht und da habe ich versucht, schnell den Wunden zu stoppen. Er hat so richtig stark geblutet. Und Sie haben ihn dann aus der Gefahrenzone gebracht? Ja, genau. Also getragen, richtig? Ja, richtig, also gezogen, also getragen. Ja, gezogen, er war sehr schwer, haben Sie geschrieben. Genau, richtig schwer, er war bewaffnet. Sie sind im Gazastreifen aufgewachsen, sind Palästinenser und Sie haben es gerade auch schon angesprochen, diese Szenerie, so tragisch das klingt, aber das war Ihnen nicht fremd, im Gegensatz zu vielen anderen. Sie haben das gekannt, die Schüsse zum Beispiel. Ja, weil es ist einfach, also ich bin in Krieg geboren. Ich bin mit 15 Jahren nach Österreich geflüchtet und ich habe sieben Kriege erlebt dort. Und das war mir ganz leicht, was soll ich genau machen, was soll ich tun, wie soll ich reagieren in diesem Moment. Weil dieser Terroranschlag war für mich nicht so streng, was ich in meiner Heimat erlebt habe. Wir sagen so von eins bis zehn, das war ein Prozent für mich, was ich wirklich in meiner Heimat erlebt habe. Was haben Sie in Ihrer Heimat erlebt? Also der Krieg, also war für mich wirklich sehr schlimm. Ich habe auch also ein Buch geschrieben, wie war in der Schule, im Fußballpark, wie habe ich fast meine Freunde alle verloren und so. Und in diesem Moment, wo habe ich meine Freunde gerettet, manche, die haben Beine verloren, die ganzen Arme, die beide Beine verloren. Da war für mich, und ich war noch zwölf Jahre. Sie sind vor neun Jahren, Sie haben es vorher gerade gesagt, nach Österreich gekommen. Mit wie vielen Vorurteilen sind und waren Sie denn konfrontiert, vor allem auch wegen Ihres Vornamens Osama? Ganz ehrlich, wo ich mit der Ausbildung fertig bin, elektrotechnisch, ich war in einer Firma und etwas hat sich passiert. Ich habe selbst gekundigt, weil die Firma konnte nicht mehr weiterlesen und ich war der jüngste dort und der neueste. Bei denen und ich habe es selber gekundigt und ich habe es mich einfach beworbt, weil ich bin ganz neu, habe ich den Zeug nicht bestanden, alles super von meiner Seite. Und ich habe es mich einfach bei anderen Firmen beworbt und am meisten habe ich nicht beantwortet oder wollte nicht. Und bei manchen Bewerbungsgesprächen, wo habe ich mich vorgestellt und sage ich ja Osama, dann fangen Osama zu beladen und sie fangen mit Lachen. Und da hat mir wehgetan und bin ich dann selber rausgegangen. Okay, nach fast zwei, drei Monaten, ja, ein Firma hat mich aufgenommen und ich habe es mir vorgestellt. Sie haben mich trotzdem ausgelacht, aber ich habe es gesagt, kein Problem, ich will nur mein Ziel erreichen, dass ich in diese Firma reinkomme, Erfahrungen sammle und dann vielleicht später kann ich mich selbstständig machen. Und ja, also ich habe es gearbeitet. Sie haben mich so schlecht behandelt, nicht einer von den Kollegen, nicht einmal ein Freund oder irgendein Arbeitskollege einfach. Ich habe das nicht gefühlt und sie haben immer ausgelacht, wenn ich sage, mein Name ist Osama oder so. Und sie wollten unbedingt meinen Namen also wechseln, dass sie mich anderen Namen nennen. Und ich wollte das nicht, weil das ist mein Name, ich bin stolz auf meinen Namen. Interessiert mich nicht, was mit Osama beladen ist oder so. Weil im Endeffekt sind alle Menschen hier. Und ihre Mama hat sie immer getröstet, habe ich gelesen, oder? Sie hat immer gesagt, das heißt Löwe. Ja, Osama bedeutet Löwe und sie sagt mir, Löwe, gib nicht gleich auf. Verstehe, was bedeutet dein Name und mach weiter. Und ein Vorurteil haben sie auch gespürt. In der Terrornacht, als sie bei der Polizei waren und verhört worden sind als Zeuge eigentlich, hat ein Polizist sie für einen Verdächtigen gehalten, oder? Ja, da habe ich mir sehr schlecht gefühlt. Danach habe ich mich vergessen, dass es seine Aufgabe ist und so. Und ich habe es verstanden, mir war dann wieder klar, das sollte ich das machen. Aber nicht so anstrengend. Was ist da passiert? Also ich sollte mit den Reden, wie hat er reagiert mit mir und so, war sehr streng. Obwohl ich war wirklich an dieser Nacht richtig fertig. Ich wollte nur schlafen einfach. Meine Gedanken nur schlafen. Sie waren schon sehr müde an diesem Tag. Genau, weil an diesem Tag seit 35 war ich in der Arbeit gewesen, nicht in der Arbeit gewesen. Bis zum vier in der Früh. Bis zum vier in der Früh. Sie sind damals nach dem Terroranschlag als Held gefeiert worden, zu Recht von vielen Zeitungen, auch von der Polizei. Sie haben eine Urkunde, eine Medaille bekommen. Trotzdem sind Sie, obwohl Sie seit neun Jahren hier leben, arbeiten, wohnen, Steuern zahlen, nicht österreichische Staatsbürger. Schmerzt Sie das? Tut das weh? Sicher. Weil ich brauche eine Staatsbürgerschaft, damit die Staatsbürgerschaft kann für mich viele Dinge erleichtern. Viele Sachen, viele Ziele für mich, was ich möchte gerne machen. Und ich möchte gerne auch viel reisen. Immer wenn ich reise bei Flughafen, sie stoppen mich mit meinem Reisepass, weil Städte, also Städte los. Sie mussten immer mich fragen, wo war ich, was habe ich getan, wie viel Geld habe ich gehabt und wie viel Geld habe ich dort verbraucht und so. Und ich habe mich in diesem Moment immer schlecht gefühlt. Man fühlt sich als Verdächtiger wahrscheinlich, oder? Also ja, wenn Städte eine ganze Reihe und Polizei besonders, du kommst auf eine Seite und so. Sie haben damals auch Briefe geschrieben an Politiker, an Alexander Van der Bellen, den Bundespräsidenten, an den Wiener Bürgermeister und auch an Sebastian Kurz, den Ex-Kanzler mittlerweile. Wie haben dann die reagiert? Also ich habe an alle drei, Sebastian Kurz, Van der Bellen und Michael Ludwig von der Zwei, Van der Bellen und Sebastian Kurz, den Herrn Van der Bellen hat sich bedankt. Und Michael Ludwig hat sich bei mir angemeldet und das Rathaus eingeladen. Aber von Sebastian Kurz gar nichts, nicht einmal geantwortet. Was hätten Sie sich gewünscht? Ich hätte nur einen Dank. Das war für mich eine große Ehre. Ihr Buch heißt im Untertitel, wie wir nicht sind. Was wollen Sie uns damit sagen? Wie sind Sie nicht? Also ich habe es mir immer gewünscht, dass es den Leuten erklären soll, dass wir wirklich, wir nicht so sind. Weil ich arbeite in Gastronomie und am meisten viele wirklich Menschen, die keine Geduld haben und keine Zeit geben gerne oder Chance. Und sie reagieren das schnell mit Wut und so und beschimpfen uns gerne. Ich würde wirklich viel geschimpft und Leute, die sagen, du Ausländer, verpiss dich von hier, weg von da, unser Land und so. Obwohl, ich will einfach denen zeigen, dass wir wirklich nicht so sind. Also wir haben das gleiche Gefühl, was sie haben für dieses Land auch. Das ist unsere zweite Heimat. Also ich bin, ich war vor sechs Monaten verlobt. Ich bin jetzt, also vor drei Jahren frech verheiratet. Und bald bekomme ich in einem Jahr oder zehn Jahren, bekomme ich Kinder, meine Kinder. Dann werden hier wachsen, Schule besuchen und auch ihre Ziele, Träume, alles hier machen. Weiterleben. Und was ich wollte sagen, dass wir wirklich nicht so sind. Wenn etwas Schlimmes passiert für dieses Land, wir werden der Erste in der Reihe. Genau das ist meine zweite Land. Weil also in meiner Heimat leider, ich kann nicht mehr. Also es ist Todkrieg und so. Und deswegen konzentriere ich mich hier in Österreich. Und Österreich ist für mich ein sehr schönes Land. Ich fühle mich hier angenehm. Jetzt ist der Terroranschlag fast auf den Tag genau ein Jahr her. Haben Sie eigentlich mit dem verletzten Polizisten, dem Sie damals vermutlich das Leben gerettet haben, seitdem jemals wieder Kontakt gehabt? Leider nicht. Aber ich hoffe, dass bald treffen wir uns. Was würden Sie ihm gern sagen? Also ich würde mit ihm gern sprechen und wie ihm geht es und so. Und ich wollte vielleicht ihn fragen, wie hast du dich gefühlt nach dem Terroranschlag, nach diesem Tag? Vielleicht schaut er zu und meldet sich, wäre schön. Es wäre ja, sehr schön. Osama Abu Al-Hosna, vielen Dank für den Besuch heute bei uns. Immer gerne. Danke auch.